Sie müssen Mahngebühren zahlen? Das können Sie ab sofort an unseren neuen Kassenautomaten. Vorher müssen Sie jedoch alle gemahnten Bücher zurückgeben. Halten Sie nun ganz einfach Ihre Chipkarte oder Ihren Leseausweis unter den Scanner, geben Ihr Passwort für das Ausleitkonto ein und Ihnen werden die anfallenden Mahngebühren angezeigt. Diese können Sie nun mit Ihrer EC-Karte begleichen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem PIN-Pad. Die Mahngebühren werden von Ihrem Konto abgebucht und sind somit beglichen. Eine Quittung wird automatisch erstellt. Am Kassenautomaten können Sie jedoch nur mit EC-Karte und auch nur den Gesamtbetrag bezahlen. Wenn Sie lieber bar- oder auch nur Teilbeträge bezahlen wollen, können Sie dies weiterhin während der Kassenöffnungszeiten an der Ausleihtheke. Die Mahngebühren werden von Ihrem Konto abgebucht und sind nicht in der Ausleihtheke. Die Mahngebühren werden von Ihrem Konto abgebucht und sind in der Ausleihtheke.